Die Zahl lautet 49.100.000. Frau Prima, können Sie damit was anfangen? Ich habe Ihre Moderationskarte vorher gelesen. Sie haben gespickt. Das, apropos, menschliche Intelligenz. Mal gucken, was die Frau da oben erzählt. Ich gucke mal lieber in die Karte. Das dürfen Sie auflösen. Nein, ich hätte es nicht gewusst. Wahnsinn. Ich frage mal hier, kann jemand vielleicht was anfangen? Nein, das ist auch zu schwierig. Ich habe nämlich die künstliche Intelligenz befragt, die wir tagtäglich nutzen. Google, das nutzen wir heute ja schon. Wir sagen immer, wann kommt denn die künstliche Intelligenz? Ja, wir nutzen das doch heute schon. Und Google spuckt in genau 55 Sekunden diese Zahl aus. Ich sage sie nochmal, weil sie beeindruckend ist. 49.100.000. Das ist nämlich das Ergebnis, wenn man Auto, Motor, Sport googelt. Das sind natürlich nicht alle Ergebnisse von Ihnen, aber Sie sind ganz, ganz viel vertreten da drin. Haben Sie mal, Sie haben jetzt natürlich schon geguckt. Automatische Erweiterung übrigens auch ganz interessant. Was kommt denn da dran? Weil das ist nämlich, zumindest die ersten Ergebnisse sind auf Sie zu beziehen. Wenn man einen gibt bei Google, dann kommt ja immer so eine automatische Ergänzung. Also was wird ganz oft gesucht? Und das ist dann Abo, TV, Channel und Formel 1. Und dann kommt Montabauer. Und wie Sie jetzt wahrscheinlich schon gelesen haben, das ist eine Kfz-Werkstatt. Also die hat jetzt mit Ihnen nichts zu tun. Das ist ein Montafon, da machen wir Rallys. Ach so, vielleicht müssen Sie mal mit der Kfz-Werkstatt in Montabauer sprechen, ob die vielleicht auch so Zeitschriften von Ihnen direkt auslegen können. Würde es sich ja anbieten, wenn die auch Auto, Motor, Sport heißen. So, also man sieht schon, Auto, Motor, Sport, ein echtes Flaggschiff. Das sieht man, wie gesagt, auch wenn man die ersten 100 Ergebnisse durchguckt. Das ist natürlich hier diese Automobilzeitschrift und auch der Online-Auftritt. Den habe ich mir auch nochmal genauer angeguckt. Und man sieht da, es geht jetzt hier um künstliche Intelligenz und Future Mobility. Da gibt es News, Tests, Motorsport, Oldtimer. Ich frage direkt, Sie stehen schon gar nicht neben mir. Wann gibt es denn die Sparte Future Mobility, Smart Mobility? Gibt es die mal irgendwann? Ja, die gibt es im Prinzip schon. Sie haben wahrscheinlich vor ein paar Tagen geguckt, weil wir haben ja jetzt das neue Magazin. Und dann haben Sie Move vielleicht übersehen oder vielleicht war es gerade nicht im Hauptbereich. Das haben wir. Mit dem Stichwort Future Mobility können Leser nicht unbedingt so viel anfangen. Das ist so ein bisschen so ein Fachbegriff. Und das erzähle ich vielleicht auch nachher nochmal bei den positiven Impulsen, die wir hier bekommen haben. KI, Robotaxi, wann das alles kommt, ist immer die Frage, wann geht der Leser mit? Und da ist unserer langen Erfahrung nach, die wir uns mit Mobilität der Zukunft beschäftigt haben, eine große Differenz. Das sehen wir ja schon bei den Elektroautos und auch die Akzeptanz, wann gehe ich ein autonomes Fahren, wann bestelle ich mir das vielleicht als Extra für meinen BMW 3er oder die Mercedes C-Klasse. Da ist noch ein langer Weg zu gehen. Das ist auf jeden Fall schon mal eine Ansage. Da ist ein langer Weg zu gehen und denen muss natürlich einer vorgehen und das ist der Journalist. Das müssen Sie jetzt hier gleich mal ein bisschen genauer umreißen, denn da kommt einiges auf die Journalisten von heute zu. Es ist nicht einfach mehr nur Auto. Vorhin haben wir es gehört, ein mechanisches Produkt, aber da ist viel, viel mehr drin. Vor allem Software, vor allem auch Services around. Und wie das sich auf den Alltag auswirkt und wie dann so eine Zeitschrift sich mit verändert. Dazu jetzt Birgit Priemer, Chefredakteurin von Automotor Sport. Vielen Dank. Neue Mobilität und die Auswirkungen auf den Journalismus, auf eine Zeitschrift wie Automotor und Sport seit über 70 Jahren im Handel. Wir arbeiten schon lange an dieser Themenwelt der neuen Mobilität, ehrlicherweise schon über 15 Jahre. Wir müssen uns tagtäglich damit beschäftigen, weil einige Dinge auf den Markt kommen, die das Leser- und das Kaufverhalten sehr massiv beeinflussen können. Da nenne ich mal allen voran die Mobilität-Flatrates, die in den letzten Monaten hochgekommen sind. Porsche, Mercedes, BMW, alle fangen an, sie in Form von Versuchen zu ertesten. Porsche, letztes Jahr in den USA angefangen, 2000 Dollar pro Monat. Und sie kriegen Zugriff auf, ich glaube, 13, 14 Autos. Für 3000 Dollar bekommen sie Zugriff auf die gesamte Palette. Sie können täglich wechseln. Sie können sich die Autos bringen lassen. Das beeinflusst Automotor und Sport sehr stark im Bereich der Vergleichstestwertung, weil sie basiert auf Kostenkapiteln. Sie basiert auf dem klassischen Anschaffungspreis eines Fahrzeugs. Und wenn wir erkennen, dass das vielleicht in Zukunft nicht mehr so ist, dann müssen wir uns damit auseinandersetzen. Wir sehen diesen Trend zum Carsharing, Ride-Hailing. Da gibt es gigantische Zahlen. Wachstum 2022 um 60 Prozent. Weltweit 685 Millionen User. Die kaufen sich eben kein Auto mehr. Wir, Auto, Motor und Sport, basiert sehr stark darauf, dass Leute uns kaufen, 18 Monate, bevor sie ihre individuelle Kaufentscheidung treffen. Und es gibt jede Menge weitere, der Ausbau der Elektromobilität. Wir haben im Moment aktuell, glaube ich, 33 Modelle in Deutschland. Und wir werden 2020 um die 100 Modelle haben. Elektroautos, das auch mal als Insight, wenn wir das heute auf den Titel von Automotor und Sport heben würden, würden wir wahrscheinlich schlecht verkaufen. Das ist noch kein Thema, wo der Kunde sagt, boah, ganz toll, da bekomme ich das neue VW-ID-Mitglied. Status heute, dann würden wir damit den Titel nicht unbedingt rocken. Wir müssten uns drumherum auch noch Dinge einfallen lassen, die für die Leute greifbar sind, die sie heute oder auch morgen bekommen. Das ist auch mein Appell jetzt, den ich einfach aus meiner Erfahrung weitergebe. Man darf nie glauben, wenn eine neue Technologie, wie sie jetzt Valio zum Beispiel vorgestellt hat, wenn die jetzt anläuft, dass dann der Kunde, der Privatkunde im gleichen Tempo aufspringt. Da haben wir wirklich viele Erfahrungen gemacht, dass das sehr, sehr zeitversetzt passiert. Aber wir wissen auch, Automotor und Sport muss sich diesen Veränderungen stellen. Wer dann zu spät kommt, dann ist der Zug auch abgefahren. Das sind eigentlich ziemlich genau die gleichen Erfahrungen, die die Autohersteller machen. Die machen wir auch. Und auf diese Frage, hat die Autobahnindustrie wieder irgendwas verschlafen? Da reagiere ich mittlerweile echt, ich kann es nicht mehr hören. Weil man muss sehr differenziert vorgehen. Man muss sich sehr genau überlegen, wann ist der Zeitpunkt, wo ich am Markt eintreten kann. Das müssen sich die Autohersteller überlegen, das müssen wir uns überlegen. Weil am Ende des Tages wollen sie ja ihre Kunden und ihre Leser auch erreichen. Und wenn sie zu früh sind, ernten sie nur Verwirrung. Dann gehen die Leute eigentlich eher wieder raus und sagen, ich verstehe das nicht. Und das findet auch in meiner Lebenswelt überhaupt gar nicht statt. Wir haben uns natürlich auch damit beschäftigt, was sind die neuen Bedürfnisse im Segment der Mobilität. Ein paar Stichwörter sind schon gefallen. Die Megacities und die damit verbundenen Anforderungen an die Umwelt. Stichwort emissionsfreies Fahren in der Stadt. Wir alle wissen, Elektroautos, CO2-Bilanz hier in Deutschland bei dem Strommix, den wir haben, eher kritisch. Trotzdem müssen auch wir uns damit auseinandersetzen, dass das in den Megacities China als Vorreiter sicherlich eine große Rolle spielt. Und wenn das so ist, dann kommt das irgendwann auch über Autohersteller wie VW, Audi, Mercedes zurück nach Deutschland. Das geht ja an denen nicht nur in China spurlos vorbei. Die Regulierung, es wurde vorhin über Ober gesprochen, Lift, schwieriges Thema für den europäischen Markt. Habe ich aber jetzt, ich bin relativ viel unterwegs in den USA, immer wieder gelernt, die Obersten sind eigentlich ausgebucht. Ein normales Taxi um die Ecke kriege ich haufenweise, das ist überhaupt gar kein Thema. Und mir haben schon Professoren am MIT erzählt, dass sie keine Zweitwagen mehr haben. Wir haben eine autofaire Frau, ansonsten obern sie nur noch. Und das ist sowas, wo ich sage, da sind wir in Deutschland ganz weit von entfernt. Wir wissen gar nicht, also Otto Normalverbraucher weiß gar nicht, wie weit die Mobilität draußen an bestimmten Stellen schon ist. Die Prognosen der McKinzys dieser Welt besagen, dass der Autoabsatz bis 2030 weiter ansteigen wird. Ja, das wird so sein. Wir werden aber davon ausgehen müssen, dass die Anzahl der privatzurückten Kilometer deutlich zurückgeht. Auch das beeinflusst die Denkwelt von Automotor und Sport, weil wie gesagt, wir verkaufen viel an Privatiers. Wir sehen die Rolle der neuen Player Google, Facebook und Tesla. Das beobachten wir genauso, wie das die klassischen Autohersteller tun. Wir müssen uns nur auch damit auseinandersetzen, es reicht nicht mehr, einen Renault, ich nenne jetzt auch mal andere Toyota, Honda zu kennen, gut zu kennen. Sondern auch wir müssen gucken, dass wir einen Zugang verschaffen zu Firmen wie NVIDIA, wie sie alle heißen, die Chip-Technologien, die NXPs dieser Welt. Die haben eine tradierte Zeitschrift für Automotor und Sport nicht auf dem Relevant Set. Und wir müssen aber gucken, dass wir da hinkommen. Und da müssen wir ganz kräftig in diese Zukunft investieren. Sonst gehen wir auch irgendwann unter. Auch das Transportmittel als Rundumdienstleistung ist etwas, wo wir uns überlegen müssen, wie viel darf das in Automotor und Sport stattfinden? Oder muss es vielleicht in Beiboten stattfinden? Werde ich Ihnen gleich noch ein Beispiel zeigen. Wir arbeiten deshalb permanent an der Weiterentwicklung unserer Testkriterien. Wir können nicht alle Assistenzsysteme, die ein neuer Audi A8 zum Beispiel mitbringt, in dem ersten Test so zuverlässig testen, dass wir sagen, ist super gut, ist befriedigend oder ist vielleicht noch nicht so gut. Wir brauchen dann extra Testformate, die wir auch ständig entwickeln, wo wir auch ständig mit externen zumindest überlegen. Wir machen die Tests immer selber überlegen mit Kompetenten, ob das ein TÜV, ein DEKRA. Wir erkundigen uns auch bei den Autoherstellern selber. Da sind wir ständig dran, das weiterzuentwickeln. Wir müssen das natürlich auch tun, wenn das richtige autonome Fahren kommt. Also insofern sehen Sie auch bei uns ist das so, wir schwimmen mit Ihnen dann mit, die Sie hier als Industrie- oder Zuliefervertreter stehen. Und wir sehen auch ganz neue Herausforderungen auf uns zukommen, was die Beratung zu Connectivity-Diensten oder auch individuelle Mobilitätsleistungen angeht. Stichwort von A nach B. Wir werden sicherlich bald, wir sehen ja schon die ersten Anläufe, Movil zum Beispiel, dass ich nur noch über eine Karte alles zahle. Sei es das Fahrrad, das Auto, die U-Bahn, die S-Bahn, alles. Und da entsteht auch bei uns ganz neuer Beratungsbedarf. Die Erwartung, die wir an uns selber haben, ehrlicherweise, ist, dass wir diesen Transformationsprozess der Branche begleiten wollen. Ich habe vorhin gehört, jemand sagte, ich bin dankbar, dass ich das erleben darf, von analog zu digital, finde ich eigentlich auch. Freue ich mich auch super, dass ich das mit begleiten darf, dass ich es mit gestalten darf. Es ist aber auch eine tierische, journalistische Herausforderung. Und manchmal ist man auch frustriert, weil man hört so diesen Aufbruchgedanken in der Szene. Und man stellt wiederum fest, der normale Verbraucher geht gar nicht mit. Also, da müssen sie aufbauen, da müssen sie frustrationsfähig sein und ganz, ganz viel Geduld haben. Aber dann wird es sich am Ende der Tages auch auszahlen, da bin ich ganz sicher. Auto, Motor und Sport hat immer von der Kompetenz des Bremsen, Fahrdynamik, Verbrauchsmessung, all dieser Sachen, also Hardcore-Test gelebt. Diese Kompetenz müssen wir weiterentwickeln, was ich gesagt habe, Konnektivität, Mobilitätsdienstleistung testen. Wir müssen diese Fortschritte gestehen, verstehen und aktiv gestalten. Und wir müssen auch, genauso wie Sie, neue Segmente erkennen und gucken, dass wir als Marktführer rechtzeitig dahin kommen und nicht die Zweiten oder die Dritten sind, weil das wird auch bei Google alleine abgestraft und bei Ihrem Bild zu bleiben. Neue Player im Anzeigenmarkt, das ist das, was ich eben meinte, NVIDIA oder auch Google früher an Google Cars ranzukommen. Wenn wir aus der Chefredaktion heraus Anfragen an Google Cars gestellt haben zu dem ersten autonomen fahrenden Kugel, da hat bei Google eigentlich keiner geantwortet. Vielleicht mal jemand aus Deutschland, wir waren denen völlig egal. Das muss man dann einfach sehen und das muss man dann auch als Problem erkennen und dann auch aufbauen und gucken, dass man da reinkommt. Und natürlich geht es uns auch darum, Zugang zu neuen, jungen Zielgruppen zu gewinnen. Das tun wir alleine dadurch, dass wir eine ganz hervorragende Ausbildung, journalistische Ausbildung nach wie hohem Haus haben und viele junge Kollegen, junge Redakteurskollegen bei uns in den letzten zwei, drei Jahren und auch in den nächsten zwei, drei Jahren in das Team holen werden, uns da verstärken. Okay, das haben Sie schon gehört, Mobilität wird variantenreicher. Ich habe viel mehr Möglichkeiten. Ich gehe mal davon aus, dass es günstiger wird, von A nach B zu kommen, je nachdem, wo Sie wohnen und was Sie überhaupt vorhaben. Mobilität wird digitaler. Ich kann mir über Google Map und wie sie alle heißen heute schon meinen Weg von der A nach B sehr gut darstellen lassen. Und es wird beratungsintensiver, weil Sie kriegen immer mehr Möglichkeiten und Sie müssen sich am Ende des Monats ja auch entscheiden, wo geben Sie Ihr persönliches Geld rein. Ja, das ist ein bisschen die Markenwelt von Auto, Motor und Sport. Wir haben früh angefangen, Veranstaltungen zu machen. Wir haben schon vor Jahren angefangen mit Elektro-Auto-Rallys. Das haben wir deshalb getan, weil wir immer der Meinung waren, die Leute können neue Mobilitätskonzepte nur verstehen, wenn sie die Möglichkeit haben, sich da reinzusetzen und das auszuprobieren. Wir haben auch seit über 15 Jahren einen Automotor und Sportkongress zur Mobilität der Zukunft. Der war kombiniert früher mit der Möglichkeit, Elektroautos auszuprobieren. Und wenn wir wirklich Fachbesucher vor sieben, acht Jahren gefragt haben, seid ihr schon mal Elektroauto gefahren, war die Antwort in 90 Prozent der Fälle nein. Mittlerweile hat sich das gedreht. Die meisten haben es zumindest schon mal ausprobiert. Aber in der iRallye, wo wir auch wirklich ganz normalen Fachbesuchern, also Familien die Möglichkeit geben, Elektroautos auszuprobieren, ist immer noch eine extrem hohe Rate von Menschen, die noch nie Zugriff hatten. Und das wird beim autonomen Fahren nochmal um den Faktor, was soll ich sagen, 100, verstärkt werden. Dass es ganz schwierig wird für Leute, das auszuprobieren. Und solange sie es nicht auszuprobieren können, hier speziell in Deutschland, werden sie Angst haben vor dieser Technologie. Wir haben uns also eine ganze Markenwelt bereits aufgebaut. Wir sind Partnerschaften eingegangen. Wir haben die Kongresse aufgebaut. Wir haben ein Technologiemagazin aufgebaut. Da zeige ich gleich noch ein bisschen mehr. Wir gehen nach Universitäten mittlerweile. Hier sehen Sie den Kongress zur Mobilität der Zukunft. Wie gesagt, wir machen ihn seit 15 Jahren. Herr Hackenberg war mindestens dreimal bei uns zu Gast, oder? Mindestens, glaube ich. Immer wieder gerne gesehen. Die Aufgabe dieses Kongresses ist auch, die Leute ein bisschen, ich sage mal, verspielerisch heranzuführen an das, was kommt da wirklich, was KI bedeutet. Oder Sie sehen da unten, gerade vor vier Wochen war Neil Harrison bei uns zu Gast. Das ist ein Cyborg, eine der wenigen Menschmaschinen, die es ja mittlerweile schon gibt. Der hat eine Plantine, also er ist rot-grün blind von Geburt an und hat sich eine Plantine in den Kopf rein operieren lassen. Die sitzt also wirklich fest und überträgt durch, über Geräusche ist er jetzt in der Lage, Farben zu interpretieren und richtig zu erkennen. Der hat bei uns einen Impulsvortrag gehalten. Und auch sehr traditionelle Besucher, wie ein Herr Hubert, haben erstarrt im Publikum gesessen. Und ich fand es deshalb spannend, weil wir können viel über KI und Ängste darüber reden. Meine persönliche Meinung ist, dass die Medizin, die Fortschritte, die wir damit in der Medizin erzielen können, der größte Treiber von KI werden wird. Weil wer mal ein krankes Kind zu Hause hat oder eine kranke Frau, Mann, und über KI irgendwas bekommen könnte, weil irgendwas erleichtert wird, der wird niemals Nein sagen. Auch wenn er Angst hat vor Robotern, die vielleicht irgendwann mal die Kontrolle über diese Welt übernehmen. Aber ich glaube, da wird sich sehr, sehr viel tun. Es war sehr amüsant. Er hat uns erzählt, das Schlimmste, was ihm passieren kann, sind Frauen, die so ein bisschen angeheitert sind, und die fangen immer an, an seiner Antenne zu rütteln. Das gefällt ihm dann nicht so gut. Hier nochmal ein kleiner Blick. iMobility, Stuttgarter Messe. Wir machen dieses Format, ich glaube, auch seit 15 Jahren. Ich glaube, wir haben 15 Jahre lang rauf und runter diskutiert, ob wir das Format weitermachen, weil es am Anfang immer extrem schwierig war, die Leute reinzubekommen, Sponsoren reinzubekommen und so weiter und so fort. Wir standen vor drei Jahren davor, das mal richtig zu kippen. Haben wir nicht gemacht. Gott sei Dank haben wir es nicht gemacht, weil wir jetzt merken, es kommt, es kommt, es kommt. Und es zeigt, welchen langen Atem man einfach haben muss, wenn man in Mobilität der Zukunft investiert. Hier auch ein ganz schönes Modul. Wir haben tolle Oldtimer-Rallys, sehr hochwertig, sehr teuer, ehrlicherweise. Und war nichts für Leute, die sich privat für sowas interessieren. Dann haben wir in Stuttgart vor drei Jahren angefangen mit einem eintägigen Format. Der Format kostet 390 Euro, können Privatiers hinkommen, kommen auch Sponsoren. Die haben einen Tag, einen richtig schönen Tag miteinander. Und das Modul wächst jedes Jahr, es wächst immer schneller. Wir haben eine Riesenfreude daran und wir haben gemerkt, wir haben da was geschafft und gefunden, wo wir nah am Endverbraucher sind. Und der kann sich vernetzen. Da kommen die Tesla-Fahrer, die E3-Fahrer, E-Golf-Fahrer. Die haben einen Tag, schönen Spaß miteinander und lernen auch noch was dazu. Das finden wir ein tolles Format und auch das ist so eine Investition für uns in die Zukunft. Wir sind letztes Jahr eine strategische Kooperation mit der Fresenius-Universität eingegangen. Das ist eine Privatuniversität und die haben einen neuen Bachelor-Studiengang gegründet. Der heißt Automotive and Mobility und der ist powered by Automotor und Sport. Und die Kollegen, der Studiengang war unlängst bei uns. Die sind einen Tag mitgegangen, haben gelernt, wie testet Automotor und Sport heute. Und sie waren einen Tag auf dem Kongress zur Mobilität der Zukunft. Und wir werden sie mit ihrem Bachelor-Arbeiten zukünftig begleiten, im Redaktionshaus, im Verlagshaus. Das ist für uns einfach auch eine wichtige Form der Nachwuchsförderung, um auch genau in diesen Bereichen Kräfte aufzubauen. Sie haben mich ja gefragt, ob wir schon diesen Reiter bei Google haben, Future Mobility. Wir fahren seit ein paar Jahren dieses Konzept, so fahren wir morgen als Spezialheft, wo wir uns mit den Themenpunkten Autonomes Fahren, Daten und Sicherheit, Mobilität auf zwei Rädern beschäftigen. Das ist ein Modell, da machen wir zuerst sechs Extras innerhalb von Automotor und Sport. Jeweils 16 Seiten, Heft 25, 26 und folgende. Und das fassen wir hinterher zu einem Spezialheft zusammen, geben noch weitere Inhalte hinein. Das ist ein Kompendium, mit dem leben wir immer ein Jahr lang. Und warum machen wir das? Weil wir Sponsoren, die auf dem Kongress dabei sind, also wir lassen aus journalistischen Gründen keine Autohersteller als Sponsoren zu. Wir sind im Bereich der Zulieferer und Versicherungen dabei. Die haben hier eine Fläche, um auftreten zu können. Und wir wissen auch, dass in der Tiefe wir das mit Automotor und Sport noch nicht machen könnten, weil der klassische Leser, wir haben sehr hohen Abonnentenanteil, würde da nicht mitgehen. Das wäre ihm noch zu viel, würde er uns ganz klar zu uns spüren. So, hier ein kleiner Füllen. So, hier ein kleiner Füllen. So, hier ein kleiner Füllen. Genau, jetzt neu bei der Motorpresse Stuttgart, Move Connected Mobility. Das Heft habe ich hier auch nochmal mitgebracht. Aus all dem, was wir in den letzten Jahren gelernt haben, beobachtet haben, haben wir uns gedacht, es hat noch keinen Sinn, ein klassisches Elektroauto-Heft zu machen. Es gibt erste Versuche. Und bei allem Respekt vor allen Kollegen, wir haben es auch probiert, es wird in einem Kiosk noch nicht weggerissen. Ist einfach so. Wir erkennen aber viele Early Adopter im Bereich der Connected Mobility. Und deshalb haben wir uns überlegt, dass wir eigentlich dazu ein Produkt machen könnten als Beiboot von Automotor und Sport. Für mich ist auch so ein Beispiel Mercedes. Sie haben sicherlich wahrscheinlich schon von Case gehört. Connected Autonomous Sharing Electromobility. Und die verstehen Case als so eine Art Schnellboot. So ein Beiboot nennen die das. Das darf ganz schnell mal rausschießen mit einer neuen Idee. Es darf aber auch zurückkommen zum Mutterhaus, wenn es vielleicht noch nicht ganz so funktioniert. Und genau so haben wir auch MOVE positioniert. Es darf neue Themen aufgreifen. Es bleibt aber in der Markenwelt von Automotor und Sport. Das können Sie hier nochmal sehen. Das war eine lange Diskussion. Wir haben sehr bewusst das Logo dazu gepackt, weil wir ja wissen, wir haben Early Adopter in unserer Automotor und Sport Leserwelt. Wir wissen, dass wir viele technikbegeisterte Leser haben. Und deshalb sind wir diesen Weg jetzt so gegangen. Das Heft wird jetzt viermal im Jahr kommen, hat direkt auch einen digitalen Ableger, den aber auch unter dem Label Automotor und Sport, weil wir dann viel schneller Traffic aufbauen können, als wenn wir gesagt hätten, wir starten komplett mit so einem Begriff wie MOVE. Die thematischen Schwerpunkte, die wir haben, sind Auto der Zukunft, die Shared Economy, Connectivity, die Pioniere der Mobilität, wie wir sie im Silicon Valley so vermeintlich finden. Der eine oder andere bröckelt ja gerade. Es ist die Generation E, die wir erreichen wollen. Das sind Menschen, die positiv über die Zukunft nachdenken und nicht glauben, im Dreck erstickt alles, sondern dass wir Lösungen finden. Wir wollen an die First Mover, Digital Natives und wir wollen die Technologie-Enthusiasten und Autointeressierten damit erreichen. Das ist das, was ich schon gesagt habe, Integration als Dachmarke. Was hat uns dazu eigentlich inspiriert? Das war, dass wir immer mehr beobachtet haben, dass es Technologie-Magazine gibt wie Wired oder Technology Review. Auch da ganz klar gesagt, das sind auch, die sind nicht auf dem Niveau von Bild-Zeitungen. Also ich meine jetzt auch Auflagen. Das sind kleine Auflagen, die dahinter stehen. Aber trotzdem bauen sie sich was auf. Und wir sehen auch, ob es bei Audi ist, bei ZF, wo auch immer, sehr interessante Technologie-Magazine entstehen, wo ich immer gedacht habe, der eine oder andere Inhalt, der gehört eigentlich auch zu uns. Und das hat uns eigentlich inspiriert, zusätzlich MOVE zu entwickeln. Wir haben hier die Möglichkeit, völlig neue Wege zu gehen, auch in der Layout-Gestaltung. Und ich wurde auch gebeten, so ein bisschen zu erzählen, wie stellen wir Kontakte her in diese neue Welt. Weil der Herr Brotz hat hier sitzen, der hat mir dabei geholfen. Und als wir das letzte Mal auf der CES waren, hat VW die Kooperation mit Aurora bekannt gegeben, diese offene Plattform für autonomes Fahren. Und bei Aurora, da tauchte dann mit mal der Chris Amson auf, der früher meine E-Mails nicht beantwortet hat, weil er war früher Chefentwickler bei Google. Und als ich dann gesehen habe, dass er mit JJ auf der Messe ist, habe ich dann sofort angefragt, ob wir nicht ein Interview machen können. Und wir haben dann endlich Chris Amson kennengelernt. Das hat sich herausgestellt, dass er keine Ahnung hatte, was Automotorsport ist, dass es es überhaupt gibt. Er interessiert sich ein bisschen für Autos, er fährt ein Audi A5 Cabrio, hat er uns erzählt. Das war unheimlich nett. Und das war so eine Chance, die man ergreifen muss, um neue Partner kennenzulernen. Das Kongressmodul zum Beispiel, und es ist da auch sehr wichtig, wir hatten dieses Mal zum ersten Mal Baidu zu Gast. Baidu, für die es nicht wissen, ist das chinesische Google. Sie haben bei uns auf dem Kongress erklärt, sie machen alles wie Google nur besser. Und auch das ist so eine Welt, wo es für den klassischen Autojournalisten aus Deutschland nicht so einfach ist, da reinzukommen. So schaffen wir es aber, und wir haben uns eben auch letztes Jahr über den Kongress den Kontakt zu NVIDIA hergestellt. Womit beschäftigen wir uns? Ja, mit der Digitalisierung des Autos. Wir beschäftigen uns mit dem Thema, was passiert mit meiner Daten, mit meinen Daten. Datensicherheit, wissen wir alle, ist in Deutschland ein Riesenthema. Da muss man halt auch mal darüber diskutieren, ist in Märkten wie China überhaupt nicht so ein Thema. Was ist das jetzt? Sind wir die Freiheitsliebe drin, behalten wir länger unsere Freiheit oder blockieren wir die Märkte? Wir widmen uns auch den Themen Assistenzsysteme zum Nachrüsten, gibt es ja mittlerweile auch. Werden da zum Beispiel die Geschäftsmodelle der klassischen Autohersteller vielleicht kaputt gemacht, bevor sie überhaupt richtig auf den Markt gekommen sind? Da verfinden wir Raum. Wir beschäftigen uns hier auch, nicht sehr stark, aber ein Schwerpunktthema war Smart Home, Connectivity, Verbindung Auto und das Haus, sehen wir Bosch zum Beispiel, ganz weit vorne. Gibt es aber auch viele neue Player wie Gentex zum Beispiel, bislang als Hersteller von Spiegel bekannt in den USA, machen mit mal eine Kooperation mit Jaguar und Land Rover zum Thema Smart Home. Das versuchen wir leicht aufzuarbeiten, sodass die Leute Spaß haben. Sie sehen hier immer kurze Info-Ebenen, aber einfach auch einen Ausblick geben, was passiert da überhaupt alles. Das könnte man in der klassischen Welt von Automotor und Sport alleine nicht machen, das ginge nicht. Und so bekommen Sie aber auch die Möglichkeit, diesen neuen Player eine Fläche zu verschaffen und über sie zu berichten. Wir haben über das Thema KI, habe ich vorhin schon einiges zugehört. Wir haben uns auch damit beschäftigt, wie gut Land mich mein Auto kennen, was weiß es von mir, wird es mein Freund, ist es mein persönlicher Assistent. Da schaffen wir uns auch Flächen, wo wir nahezu philosophisch darüber nachdenken können, wie dann diese zwei zusammenkommen. Und hier sehen Sie ein Beispiel, einfach, das ist eine interne Illustrationin übrigens bei uns, die hat vor zwei Jahren ihr Volontariat gemacht, das macht ihr alles per Hand. Und hier sehen Sie einfach mal Mobilität aus einer Hand, wo wir uns eben mit diesen neuen Kartenmodellen beschäftigen, mit Like2Drive und was da jetzt alles gerade so kommt. Wir versuchen auf eine einfache Art und Weise Begriffe zu erklären, mit Infografiken, wie hier Blockchain. Wer das noch nicht gehört hat, damit muss man sich wirklich auch eine längere Zeit beschäftigen. Wir beschäftigen uns auch mit Industrie 4.0, was uns in Zukunft bewegt. Und natürlich werden wir dort immer einen Ausblick geben, was hinsichtlich autonomes Fahren passiert, was Sie gerade alles berichtet haben über Kameraleaders und was auch immer, auch Gesetzesvorschriften. All das findet in diesem Heft statt, unter anderem auch, wie Eltern mittlerweile ihre Kinder überwachen können über App-basierte Dienste. Das hat ja nicht nur Vorteile, das hat auch Nachteile. Als Kind würde ich diese Zeit verfluchen und nur noch im Analogzeitalter leben wollen. Und wir haben hier natürlich auch nochmal einen großen Überblick, weil wir glauben, dass auf die Menschen so viele neue Begriffe zuströmen, dass auch ich, wenn ich mal zwei Wochen im Urlaub war, erstmal sortieren muss, was kommt da jetzt eigentlich alles wieder neu auf den Markt. Hier nochmal, wie wir mit Chris Ermsen und Johann Jungwirth gesprochen haben, da versuchen wir neue Formen von Interviews, Darstellungen zu finden. Hier versuchen wir auch auf eine einfache Art und Weise den Leuten klarzumachen, was bedeutet das eigentlich, wenn Carsharing so stark kommt. Laut einer Studie trägt jedes geteilte Auto zur Abschaffung von 8 bis 20 privaten Autos in den Städten bei. Und das haben wir da einfach mal optisch schichtbar gemacht. Auch ganz wichtig, den Leuten mal zu erklären, was passiert eigentlich auf anderen Märkten, was passiert eigentlich in China. Und wer weiß schon, dass hinter den neuen Autokonzepten in der Regel riesige Internetgiganten stehen, die ein Investitionsvolumen haben, das, glaube ich, weit von unserer persönlichen Vorstellungskraft entfernt ist. Auch das haben wir hier mal aufgegriffen. Und natürlich das Thema Robotaxi. Das haben Sie vorhin schon ein paar Mal gehört. Es wurde auch vorhin darüber diskutiert, kommt das 2021, kommt das 2022. Meine persönliche Meinung ist, 2020 werden wir einen richtigen Tuschler dazu erleben, weil dann in Japan die Olympische Spiele stattfinden und die sich sehr viel vorgenommen haben. Korea, Stichwort 5G, 2018, 2019 da viel vorantreiben wird. Und wir können uns hier in Deutschland rauf und runter diskutieren. Es gibt Städte wie Doha, Singapur, die sind viel, viel weiter als wir. Und die werden Treiber dieser Technologie werden, wenn wir uns noch fragen, kommt es oder kommt es nicht. Es kommt dann vielleicht ein bisschen versetzter zu uns. Ja, das war es eigentlich, was ich Ihnen zeigen wollte. Das Berufsbild des Journalisten ändert sich. Wir stellen auch bei Automotor und Sport fest. Wir haben mittlerweile zwei große Ressorts. Wir hatten immer schon Test und Technik. Wir hatten immer schon Service. Wir haben jetzt Mobility und Services. Und wir stellen fest bei den jungen Kollegen, sie wollen diese Grenzen gar nicht mehr. Sie wollen eigentlich über alles berichten. Sie wollen wirklich 360 Grad, das ist ja auch so ein Stichwort, informiert sein und selber auch berichten. Und wir treiben das weiter voran mit ganzer Kraft. Wir sind darauf eingestellt, dass es immer wieder einen Rückschlag gibt. Aber das sieht ja die Autoindustrie genauso. Und ich bin einfach nur überzeugt, dass wir diesen Weg so gehen müssen, weil die Mobilität der Zukunft wird kommen. Da können wir uns doch verlassen. Danke.